Okay. Viel zu tun. Ich gehe erstmal kurz zu Pibi. Gibt es bei dir noch was? Ja, ich musste halt noch einen draufsetzen, ne? Gute Idee. Okay. Ich wette, dass jetzt Kello und Suvi auch noch was zu sagen haben. Ich brauche eine Pause. Sie auch? Machen wir Pause. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten, Ryder? Gerne. Es ist eine Sorte aus Sumatra, aus meinem persönlichen Vorrat. Sobald er aufgebraucht ist, war es das mit Tee von der Erde. Klar, aber man muss sich auch bedenken, dafür sehe ich Sachen, die aber keiner der anderen sehen wird. Da sind Sie nicht die einzige, Suvi. Mir gehen die ganze Zeit solche sinnlosen Gedanken durch den Kopf. Und? Quälen Sie sie auch so? Sie sind ganz natürlich. Man müsste schon aus Stein sein, um sein Zuhause nicht manchmal zu vermissen. Das Universum ist wie ein gigantischer Wandteppich. Ich liebe es, einzelnen Fäden zu folgen, aber das lenkt mich davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Ich hatte meine Familie, war aber zu beschäftigt mit abstrakten Überlegungen, um sie zu schätzen zu wissen. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, würde ich sagen, dass Sie gerade wegen Ihrer Familie hier sind. Ihre Liebe zur Wissenschaft kommt doch von Ihren Eltern, oder? Und sind Sie nicht jedes Mal bei Ihnen, wenn Sie eine neue Entdeckung machen? Ryder, das ist wunderschön. Meine Mutter hat das Implantat in meinem Kopf erschaffen und mein Vater die KI, die es verwendet. Ich habe meine Eltern ebenso wenig verloren wie Sie. Danke, Ryder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Toll, jetzt wurde ich nachher unten teleportiert. Na egal, dann können wir uns gleich hier weiter unten umsehen. Ich will ja eigentlich mit Drek sprechen. Kor, hast du noch was zu sagen? Äh, klar, warum nicht? Darüber, dass ich kein Pathfinder geworden bin. Und daraus ist eine Art Projekt entstanden. Auf EOS. Könnten Sie mir helfen, es zu Ende zu bringen? Was für ein Projekt? Ich übermittle den Nerfpunkt an die Steuerung. Kommen Sie, dann zeige ich es Ihnen. Okay. Mach's noch geheimnisvoller. Lexi, vielleicht von dir was Neues? Ryder. Scheinbar nicht. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich hätte jetzt gedacht, sie hat etwas dazu zu sagen, dass ich kurzzeitig tot war. Äh, hier waren wir überall. Zu Gil müssen wir... Selbst wenn ich Sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Cat-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archer leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Cat können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Cat unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Eine Lampe? Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters. Korra ihr Asari-Gebetsbuch. Und Liam... Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ich habe... Ich meine mal, die Sachen, die ich von meinem Vater... Also die Reiter von seinem Vater hat, die sind... Kriegt er ja auch nicht so leicht los, ne? Das Implantat. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine spitternackte Asari, die ihren alten Mond hochhält. Eines ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe. Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Naja, wir machen auch nur so halblegales, ne? Ehrliche Arbeit? Vetra, Sie wären eine grauenhafte Farmerin. Ach ja? Woher wollen Sie das wissen? Das Entscheidende ist, ich könnte alles sein. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Also eins muss ich sagen. Die Flirtmöglichkeiten bei Vetra sind echt mies. Bei PeeWee sind die Kommentare, die da dazwischen kommen, sind so schön geschmeidig. Aber jetzt hier einfach nur, sie redet über irgendwas und dann, ich träume von dir. Da würde jeder mal so... Geh weg. Ich glaube, mein Traum ist es, eine ganz besondere Person zu finden, mit der ich die Galaxie erkunden kann. Ach ja? Und haben Sie sie schon gefunden? Ja, ich denke schon. Sie werden sie lieben. Sie ist groß, kann fantastisch mit Waffen umgehen und bringt jeden dazu, genau das zu tun, was sie will. Ich denke immer noch über die thurianische Arche nach. Über Mason und Avitus. Ich hoffe, es geht Avitus gut. Naja, nachdem er alles verloren hat. Kann es einem nach so einem Verlust überhaupt jemals wieder gut gehen? Vermutlich nicht. Wenn ein Helius bricht, dann endgültig. Warum warst du eigentlich nicht auf der thurianer Arche? Also, wieso waren Sie nicht auf der thurianischen Arche? Weil unser Vater Palavin schon lange vor dem Bau der Arche mit uns verlassen hatte. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob man uns überhaupt noch wirklich als Teil der thurianischen Gesellschaft betrachten kann. Aber was soll's? Er braucht schon all diese Regeln, richtig? Das klingt irgendwie traurig. Sie haben best... Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, weiß ich. So, gibt's hier noch was? Nö. Nö. Okay, dann können wir nach oben fahren. Mit Gil reden. Dürfen auf jeden Fall wieder viel durch die Gegend reisen. Mit Jarl sollten wir auch reden. Hi. Liams Idee, sich gemeinsam Videos anzusehen. Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben, aus Respekt vor den Kroganen. Hm, gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind Ihre Videos, ähm, flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache, elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Okay, das klingt geil. Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Arya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Okay, aber eigentlich wollte ich mich über die Cat reden. Ryder, was für ein Sieg. Jetzt, da wir die Position von Meridian kennen, ist der Untergang des Archons besiegelt. Hoffentlich. Wir sollten das lieber noch nicht feiern. Das ist nur Vorfreude. Sie werden sich wundern, wie Feiern aussieht. Wir lassen alles raus. Angara glauben, dass das Verstecken von Gefühlen der falsche Weg ist, sein Leben zu führen. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Ich bin bereit für weitere Gespräche. Jetzt oder später. Okay. So viel dazu. Aber da hinten ist noch Gil. Gil, Gil, Gil. Hi. Na? Hey, Sie führen 2 zu 0. Was meinen Sie damit? Sie standen dem Archon jetzt zweimal gegenüber und haben ihm zweimal ins Gesicht gespuckt. Im übertragenen Sinne natürlich. Ich hab's versucht, aber ich glaub, ich hab nicht getroffen. Diesmal standen wir uns Auge in Auge gegenüber. Da kann es gut sein, dass vielleicht wirklich ein bisschen Spucke geflogen ist. Und das vermutlich in beide Richtungen. Wie geht's? Dieser Bastard versucht also, uns alle dem Aufstieg zu unterziehen, hm? Das ist sein großer Plan? Gut möglich. Ja. Normalerweise mag ich ja Spiele mit hohem Einsatz. Aber in diesem Fall würde ich doch lieber am Kindertisch sitzen. Ach, das kriegen wir schon geregelt. Jederzeit wieder. Ja, ja, tschüss. So, fehlt noch wer. Track, genau. Dich hab ich eigentlich gesucht. Ich... Es tut mir leid. Einfach nur leid. Gehen Sie. Äh. Kann ich jetzt wieder mit dir reden? Hi. Hören Sie, Sie haben sich für das, was Sie getan haben, schon entschuldigt. Das ist mehr, als die meisten Kroganer je kriegen. Ich habe Cash informiert und der Clan weiß auch Bescheid. Wenn es Ihnen also nichts ausmacht, würde ich mich jetzt lieber über was anderes unterhalten. Ähm. Hey, wir haben Spender platt gemacht. Sind Sie glücklich, dass Spender jetzt aus dem Spiel ist? Verdammt glücklich. Vielleicht vergessen Sie ja, ihn zu füttern, während er im Käfig sitzt. Das würde Ihnen die Herzen brechen, oder? Haha, das Herz. Ich habe nur noch eins übrig. Okay. Wir können uns später... Klar. Ich glaube, dass es eigentlich vorgesehen war, dass man vor Eladen den ganzen Kram macht. Und dass er sich dann aber reagiert. Aber wir sind schon so weit. So, ich glaube, jetzt habe ich mit jedem geredet, oder? Mit Lucio hatte ich schon gesprochen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt wieder richtig viel zu tun. Ob der Nexus mit den Anführern sprechen? Keine Ahnung. Auf Eos treffen. Nach Eos reisen. Auf Eladen Schiffe untersuchen. Nach Aya müssen wir... Würde ich sagen, wir gehen als nächstes nach Eos. Beziehungsweise theoretisch würde es sich auch lohnen, vorher auf der Tempest vorbeizuschauen. Äh... Können wir mit jemandem reden? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich eine Aufnahmepause. Und nächstes Mal sehen wir uns dann direkt vor Eos wieder. Oder... Ja, auf Eos sehen wir uns wieder. Ich springe wieder ein paar Ladebildschirme. Wohl Kello hatten wir noch nicht, oder? Ein großer Sieg. Unsere Arche wieder bei der Nexus. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ach. Das kriegen wir geregelt. Alles. Ich finde Dinge, Kello. Meine Stellenbeschreibung besteht aus einem einzigen Wort. Salarianer in der Hand der Cat, das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber wenigstens hat unser Pathfinder es geschafft. Danke, Ryder. Wirklich. Wenn Sie jemals etwas brauchen, fragen Sie einfach. Okay. Stimmt. Wir werden uns vor der Nexus wiedersehen nächstes Mal. Gut, dass Kello mich daran erinnert. Denn wir haben ja eine weitere... Äh... Arche. Beziehungsweise sind wir nicht gerade bei der Nexus? Nee, wir sind... Immer noch da, wo wir angeblich gegen Nachion gekämpft haben. Okay. Haben wir neue Systeme dazu bekommen? Ja, wir haben neue Systeme dazu bekommen. Tatsache. Einige sogar. Okay. Reise nach Meridian. Aber das will ich ja gar nicht. Okay, wir sehen uns nächstes Mal vor der Nexus wieder. Reden dann auf den Nexus mit allen. Auch wegen dem Meridian. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Wir haben vorher noch einige Dinge zu erledigen. Und danach werden wir mal, denke ich, das System hier abscannen und... Also die neuen Systeme abscannen. Und dann geht's auf nach Eos. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Auf dem Weg zur Nexus. Wo jetzt die... Thurianische Arche auch angedockt ist. Das heißt, wir sollten jetzt deutlich mehr Thurianer haben. Nee, Salarianer. Entschuldigung. Salarianische Arche. Thurianische haben wir auch gerettet. Aber... Also die Leute haben wir gerettet. Aber die Arche war leider nicht zu retten. A3 von 4 ist eine gute Quote. So. Oh, dann lass mal hören. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Ein Besuch von ihnen könnte einiges bewirken. Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Ja, natürlich kümmere ich mich um sie. Die war ja von Anfang an auf meiner Seite. Bisschen gute Berichterstattung schadet nie. So, aber ich will ja eh zur Kommandozentrale. Ja, ja. Gehen wir erstmal zur... Zelle. Carrie. Aber sie hat doch nichts Falsches gemacht. Sie mussten die Wahrheit erzählen. Egal wie hoch der Preis dafür auch ist. Sie haben das Richtige getan. Wissen Sie, hier waren noch andere Gefangene. Aufständische. Leute, die geweint haben und Angst hatten. Ich und meine Wahrheit haben ihnen das angetan. Sie wollen also einfach hier rumsitzen? Soll Ihre Arbeit so enden? Was? Nein. Zum Teufel nein. Vielleicht kann ich das hier verwenden. Danke, dass Sie hier waren, Ryder. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Okay. Auf Carys nächsten Interview-Slot warten. Können wir ihr nicht helfen, freizukommen? Ja, mit Direktor Ten reden. Das machen wir jetzt auch erstmal. Ich sollte vorher speichern. Also, Ten. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Klar stimmen Sie zu. Ryder hat Ihre Leute gerettet. Ryder hat unsere Leute gerettet. Ob Sie Salarialer waren, ist unerheblich. Sie waren Bürger der Initiative. Aber es schadet auch nicht, dass es jetzt ein paar Kroganer weniger gibt, oder? Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über den Ausgang dieser Archon-Sache gesprochen. Es tut mir wirklich leid. Cash, ich musste tatsächlich einige Kroganer zurücklassen. Und das tut mir leid. Sie haben bereits viel für uns getan. Was ich von anderen leider nicht sagen kann. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon-Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dort hinzukommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cats sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Wir schaffen das schon. Wir müssen uns nur einen Plan überlegen. Es gibt einen Weg, sie zu besiegen. Der Archon weiß nicht, wie man Meridian aktiviert. Er kann die Technologie nicht kontrollieren. Ich kann es. Die Gewölbe vielleicht. Wir wissen nicht, ob Meridian genauso funktioniert. Und wenn wir die Cat angreifen und sie falsch liegen? Außerdem ist da noch die Sache mit ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offengesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich bin Ihnen dankbar, Ryder, aber ich kann Ihren Plan nicht unterstützen. Ich schon. Genau wie ich. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Ah, Ten. Kommen wir jetzt endlich dazu, dich abzusägen? Was ist los, Ten? Angst, jemand könnte Sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich glaube, wir werden uns selbstständig machen. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Ich habe eine dringende Nachricht. Ich habe eine dringende Nachricht.